Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, euer lieber Odo, und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich, yay. Das letzte Mal haben wir geschlossen mit unserem Diplomatic Blade, ummatched als Puppet-State. Ich bin ja nicht mehr hundertprozentig sicher, warum ich das überhaupt brauche. Aber jetzt habe ich schon mal gestartet, also ich muss nicht gewesen sein. Was auch interessant ist hier, ist, dass Schleswig, das Revolutionary Schleswig, Schleswig möchte die Unabhängigkeit von Politik werden und möchte sich von Skandinavien lösen, die wir wirklich unterstützen möchten, weil Skandinavien sind unsere Rivalen. Mögen wir nicht. Außerdem hat Skandinavien noch eine Revolution ebenfalls im eigenen Land. Das heißt, wir müssen nutzen, wie einen Teil der Vasallen von Skandinavien hier loszuälen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wenn Skandinavien wird besser, ist es zu tun, wenn wir mal kämpfen. Das letzte Mal, also ich bin draufgekommen, wir könnten rein theoretisch mit all diese... ähm... 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 um gegen alte... äh... äh... Sachen vorgehen... ähm... ...gegen die ganzen... ...Revolutionäre... ... 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 We can use Potality from Turmoil We can use 50% Stained Penalties from Turmoil Jetzt könnten wir quasi überall verliehen We don't need it We can use the third place where I have the most industries in Australia That would be good if we don't You're crazy I'm in Turmoil Schon ziemlich heft Naja, wir haben Hone Support hier für Pointed Bureaucrats In Wirklichkeit, da hätte ich gar nichts Wenn sie sich da durchsetzen würden Einfach weil Weil Ich die Aristokraten Nicht als Bürokraten Gern hätte Na gut, schauen wir mal weiter Machen wir mal den Konflikt mit Nicht Naja Der dürfte ja relativ Problemlos ablaufen An der Grenze Da gehen wir einfach rein und machen alles tot Oh, ich habe noch ein viertes Mal die Suche nach dem Nil gemacht. Das sollte ja wohl gehen. Das erste Mal, wie ich gespielt habe, ist es von Anfang an gehabt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einen Update, einen Patch gegeben hat. Könnte das nicht sein, dass der Grund ist. Was haben wir da noch? Hamburg declares Notarität. Neutrality. Will now be able to participate, ja, ja, ja. Okay. Okay. Und von denen, ja, keiner schert sich und matcht. Wir können die einfach so... Die Szene sind ganz einflüssig. Das ist richtig. Rushable Fritsch. Nicht so das. Was? Naja. So. Wieder für einen Krieg. Oh. Oh! Die unterstützen Lahai. Und die Osmanen ebenfalls. Das ist ja lustig. Wo ist denn das überhaupt Lahai? Wo da? Warum tut das? Ich meine, das ist mir eh recht. Macht das, bevor ihr Nails unterst- Dann sind ja auch noch nicht so. Ich frage, wir könnten das ... Ich weiß nicht, dass keiner dabei ist. Äußer sollten noch ein Interesse daran haben. Befreit werden. Ok, die kämpfen wirklich nicht schlecht. Wird kurz und schmerzlosig für euch. Language in the class. Ok, ja. These three students sometimes use the native language in Austrian schools. Some have called or teachers penalize, penalize. The use of language is forcing children to speak the official language of Austria. The school should teach them to speak. Noch mehr Radikale. Was soll schon passieren? Warte, es gibt die Pointe da unten für euch. Da. Ja. Eine kurze und schmerzlosige Sache. Da werden wir nicht allzu viele Sachen verlieren. Also kurz weiß ich nicht, ob kurz und schmerzlos passiert. Vor allem wenn wir so wenig erobern pro Dings nur. Aber... Ah, warte mal. Okay, no. Wie gut. Und dann. Und da heru. Das machen wir doch klart. Dann haben wir Zweifel. Oh, sit with plenty. The most prominent members of Bohemia. High society have been organizing a luxurious party. Let them celebrate. Let them celebrate. Let them celebrate. Why not? Why not? I mean... Just stop. Come on. Tell them to... Tell them to rest. Uh... Ja... Schau mal ob ihr Malaria kriegt. Techman. Achso. Also... Koffe. Ich probier'm ab. Okay. Die Dunkel. Was machst du? Oh, das greift auch hier rum. Fini. Ja, das habe ich gut gemacht, aber ich hätte ihnen nicht geholfen. In meiner Blödheit. Oh, Pragmatism. 5% Bürokratie, äh, Minus 5% Bürokratie, Population aus dem Angebly und plus 10%. Beides brauchen wir. Apropos Bürokratie, brauche ich die? Hier, ich brauche Universitäten. Government Administrations. Ich brauche mehr Bürokratie. So, schauen wir mal, da sind 10 Sachen. 23 States in Perman, noch einmal dazugekommen. Ja, das ist wegen dem Ding, das ist wegen den Kindern in Active Roots. Und, die zwei lassen wir auf jeden Fall mal. Oh, cool. Einführen, oder? Idle Mob, da ist Generals. Achso, ja, aber der macht keine Anladung. And military goods. Ja, super. So, das ist wegen der King. Das ist bei mir eh schon. Da brauchen wir noch zwei. Und, wollen wir importen. Oh, politischer Markt, ein Haufen Zeug. Brauchen wir doch gar nicht. Rubber brauchen wir auch. I mean, son, a Rubber Plantation. Achso, warte mal. Wollten wir Robber nicht. Ach, jetzt. Ein Porto, oder? Frank Pocket Fast. Gekauft. Mhm. Mhm. Feminism spreading. General moved. Ah, so I found an Schlosser. Nein, wir haben die Typen da drin und eingesperrt, die 5.000. Nein, jetzt sind die 5.000 wieder da. Sehr gut. Oh, Schiffbacke, wir brauchen so noch 6 Tage. Passt. Yay. Schiffe sind angelandet. Wir erobern alles auf der Seite. Großartig. Man muss ihn nur von der falschen Seite attackieren und schon gering deine Wahl ist. Was macht das? Manetik Irrigation. Das kommt weniger Arbeiter und mehr Engines und produziert mehr. Okay, wir machen weiter da. Telefone. Kommt aus dem Engin. Ich meine, wir haben den Vorteil, wir könnten unsere... Dienste... Wir hatten jetzt da zu Ende. Okay. Okay. ich sollte mal alle auf trench warfare umstellen ich muss Malaria Was ist das? Feminism? Ach... Was ist... Political agitation? The same part of party? Hey! Was ist ein Minimum expected? End of living from literacy? Hmm... Yay... Malaria prevention? Wo haben wir da? Gibt es um die? Vielleicht... Ehm... Mhm... Hm... 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 Also necht haben wir jetzt... Hier... Okay... Geographical study... It has been suggested that we stop and undertake a geographical study of the area to increase our local knowledge. Good idea. Wir kriegen mehr Innovation. Oder... We don't have to... Ja... Wir haben nicht die Zeit dazu. So... Was ist da? Ehm... Diplomatic Day in Poland... Was möchtest du haben? Du möchtest Krack connectieren? Hm... 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 Ähm... Noch mal... Kakao quasi. Oh... It's been real slow! oh 15 baldeon reserve nein 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 ich muss hier ein Recruit also nehmt er, wir nehmen dir nix er steht da hinten der Exquisition glaube ich ok ne OSD Nevermind, immer schott ich das an Wo war ich? Ah ja, stimmt Wieso? Vorhin hat er mir die nicht arbeitenden Typen angezeigt Wieso zeigen wir uns jetzt nicht an? Wird es echt dann nach innen suchen, oder wie? Da unten ist fertig, oder? Nedged, da wollen wir nichts mehr machen Naja, da ist alles erobert, passt Na dann... Schauen wir mal... Oder den mobilisierten Typen... Oder den mobilisierten Typen... Oder den mobilisierten Typen... Das ist die Lush-Sungle, die den unnarky Sight-Members auf der Lost Portugese Fischen LASIK in impoverished Heimhocks Das passiert sicherlich öfter mal den anderen an, dass sie ähm... Verlorene Österreicher finden Wieso haben wir noch keine Österreicher gefunden, so viele wie wir hier schon verloren haben? Nein 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 Ja Wir machen schnell weiter... Diesmal schauen wir nicht zurück Es gibt keine Entschuldigungen... Die habe ich auch... Wollte nicht aufnehmen vielleicht... Auch was ist in Deutschland eigentlich passiert... Auch konservativ... Wir haben es geschafft... Europa ist konservativ... Was ist mit euch... Promote Revenue... Promote Revenue... Warte mal... Kann es sein, dass Schwiegsweg... Den Krieg gewinnt hier auf der Seite... Können wir den Wappen schicken, bitte? Ach... Schweden hat ja noch keine... A Beetle in the hand... A Beetle has crawled into the ear of Leopold Dolman without immediate medical help This could indeed the expedition's progress A Bussing noise... Itching... Out... 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 I shook my head and screamed in pain... Get it out... Out... I could feel its wings moving inside my car... Trying to crawl deeper... Sir... One of the expedition's members tries to grab my hand... Oh... Oh... Das ist ja Kordi... I could have beaten this war reparation in the high time... Haha... Haha... Grab my hand... When I reach out for the knife... Out... Out... We shall stop and get... Well... We cannot stop... Give him the knife... Haha... Yes... Hey... Was da passiert... Was? Nein... Keine Ahnung... Finde ich gut... Ist irgendwas interessantes... Na... Nö... Nicht, dass ich wüsste... Der Netsch-Trick da geht auch dem Ende entgegen... Der Netsch-Trick kapituliert finde ich gut... Hätten wir das... Und... Noch ein... Aha... Haben wir eigentlich nicht Tersien angegriffen? Sagt irgendjemand... Warum Netsch nicht Tersien? Ich mein, Netsch bringt doch fast gar nichts... Wir packen... Wir packen... Eine... Ist das in Wirklichkeit... Könnt ihr eh Tersien angreifen? Oder die Osmanen? Oder... Wir packen... Mereine Brötchen... Und nehmen uns da... Jabal-Shamar als nächstes vor... Aber Tersien sind echt scheiter... Uh... Wir sind wieder im Plus... Überall... Finde ich gut... Oh... Außerdem... Wir sind... Low on... Things... Wir haben... Keine... Produktion mehr... Okay... Dann schauen wir mal... Durch den Markt... Überlegen uns... Was wir als Nächsten wollen... Weil wir wollen schließlich... Die stärkste Wirtschaftsmacht überhaupt werden... Elektrizität... Wir brauchen... Elektrizität... Und... Essen... Als erstes... Essen... Das ist... Das ist mehr... Diversifiziert... So... Und dann... Du... Da... Darmazien und Kroatien... hat keine Arbeiter mehr... Mist... Also, wir müssen woanders hinbauen... Jetzt gehen die Leute um... Ich stehe mal... ...düstereich natürlich. So... Möbel und Dings, das geht alles noch. Und da machen wir was weiter. So, Öl. Expand Oil Rigs. Wir können Oil Rigs bauen. Polizien, yeah! Wir bauen Oil Rigs. Dann können wir nämlich auch die bessere Food Production machen, wenn wir Oil haben. Dann können wir nämlich Vacuum Can. Dings machen. Perfell. Oder Import Routen machen. Okay. Nicht wirklich. 25 Tunesien. Na gut, nehmen wir mal die. Ich hätte nicht nur noch neu bauen. Ich hätte nicht nur noch neu bauen. Ah, wir können Synthetix Plants bauen. Yes. Und... Und... Mist. Klau. Mengen. ... 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 Was war denn von hier? Nein. Kann man denn mehr importieren? Wir brauchen so viel Zeug von mir. Wir brauchen so viel von dem Zeug. Wo ist denn hier bei 7 von sich? Er geht ja immerhin 7. Das bringt genau gar nichts. Also ein Topf auf dem heißen Stein. Okay. 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 Mit Tier Goods. Diese Schippen. Munition. Okay. Okay. Vielen Dank.